Hey zusammen, Togi hier. Ist euch das auch schon mal passiert? Ihr habt eine Kühlbox im Auto angeschlossen, wart ein paar Stunden unterwegs, es hat doch ein bisschen länger gedauert, als ihr eigentlich vorhattet, kamt wieder und in der Zeit hat die Kühlbox eure Autobatterie leergezogen. Dass euch das nicht passiert, habe ich heute ein ziemlich cooles, neues, kleines Gadget für euch, ebenfalls von Plug-in-Festivals. Und wenn ihr wissen wollt, wie das funktioniert und vor allem, wie gut es funktioniert, dann bleibt dran! Ich muss leider zugeben, mir ist das nicht nur einmal passiert, dass ein technisches Gerät, was ich in meinem Auto angeschlossen habe, die Batterie leergezogen hat. Das ist immer super ärgerlich, denn wenn man keine kleine Powerbank zum Starten dabei hat, ist man auf irgendjemand angewiesen, der ein Starthilfekabel dabei hat und einem Überbrückungshilfe sozusagen leisten kann. Ja, und dass euch das nicht passiert, vor allem, dass euch das in Kombination mit einer Kühlbox nicht passiert, habe ich heute ein kleines, neues Gadget von Plug-in-Festivals für euch. Und zwar ist das nichts anderes als ein, ja, ein Puffer sozusagen, ein kleiner Akku, der in der Lage ist, eure Powerstation im Stand so lang zu befeuern, bis ihr wieder zu eurem Auto zurückkommt, ohne dass es dabei die Kfz-Batterie unnötig belastet. Wie funktioniert das Teil jetzt? Ist an sich nichts weiter dazu. Wie gesagt, es ist ein Lithium-Ionen-Akku mit 173 Wattstunden. Ihr müsst euch das vorstellen wie eine kleine oder eine etwas größere USB-Powerbank, nur dass hier nicht nur 5 Volt rauskommt, sondern eben auch 12 Volt für die Kühlbox. Apropos 5 Volt, wir haben zusätzlich auch noch zwei handelsübliche USB-Anschlüsse mit dran, leider nur mit 1 Ampere, aber für das rudimentäre, um vielleicht mal ein Handy ein bisschen nachladen zu können, reicht es durchaus. Ja, ansonsten nicht viel dazu. Wir haben hier einen Anschluss für Kompressor-Kühlboxen, wie auch immer der sich nennt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat zum Beispiel Dometic genau den gleichen Anschluss. Solltet ihr jetzt ein anderes Gerät hier dran anschließen wollen, ist das auch kein Problem. Im Lieferumfang gibt es noch so einen ganz normalen Zigarettenanzünder-Anschluss als Adapter dazu, da wird hier drauf gesteckt und ihr könnt andere 12 Volt Geräte dran anschließen. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, dieser Akku ist eigentlich speziell auf die Plug-In-Festivals-Kühlbox zugeschnitten. Warum das Ganze? Ja, hier ist keine stabilisierte 12 Volt Spannung verbaut, also das heißt, wenn der Akku leer wird, hier ist ein Lithium-Akku drin, hat er eine Spannungsdifferenz von ungefähr 9 bis 12 oder 13 Volt, ganz genau weiß ich das jetzt nicht. Ja, und solltet ihr jetzt eine Kompressor-Kühlbox anschließen, wie die Dometic zum Beispiel, die einen integrierten Batteriewächter hat, schaltet diese Kühlbox bei beispielsweise 11,1 Volt ab oder 11 Volt oder 10,8, das ist etwas unterschiedlich und sagt, die Batterie ist leer, weil die Spannung zu niedrig ist. Da ist aber hier in diesem Akku noch mindestens 50, 60 Prozent Kapazität drin, ist aber kein Problem, wenn ihr die Plug-In-Festivals-Kühlbox habt, die könnt ihr auf Batteriewächter ganz low stellen und damit funktioniert das 1A und ihr könnt die volle Kapazität aus diesem kleinen Akku herausziehen. Da der Akku jetzt natürlich auch für die Plug-In-Festivals-Kühlbox entwickelt wurde, testen wir den selbstverständlich auch mit der Plug-In-Festivals-Kühlbox. Außerdem gibt es im Lieferumfang nicht nur diesen Adapter dazu, sondern auch noch eine Metallhalterung, um den Akku direkt an die Kühlbox, an die Seite ran bauen zu können, dass er nicht irgendwo rumfliegt. Das Ganze bauen wir jetzt an. Ich werde die Kühlbox mit allerlei Dingen befüllen. Aus meinem Kühlschrank werde die Kühlbox heute des öfteren auf-zu-auf-zu machen und dann schauen wir einfach mal, wie lang dieser Akku hält bei einer Temperatur von ungefähr 22 Grad. Bin ich sehr gespannt drauf, aber jetzt bauen wir erstmal den Akku an und dann geht's in den Test. So, der Akku ist angebaut, ging total easy, waren vier Schrauben. Super cool gelöst in meinen Augen. Hält auch richtig stabil. Oh, da klappert eher mein Tisch anstatt die Kühlbox. Also richtig cool, gefällt mir sehr, sehr gut. Kommen wir jetzt zum eigentlichen Test. Wie führe ich diesen Test durch? Zum einen werde ich die Kühlbox mit allen möglichen Lebensmitteln füllen, die ich so tagtäglich verwende, dass ich die Kühlbox auch den ganzen Tag über immer mal wieder auf- und zumachen muss, um so eine realistische Gegebenheit zu simulieren. Außerdem werde ich die Kühlbox erst einmal am Netzstrom herunterkühlen, denn das Herunterkühlen einer Kühlbox braucht mit die meiste Energie und würde aus diesem kleinen Akku schon viel zu viel Energie rausziehen und würde uns die Messdaten verfälschen. Also, Lebensmittel rein, Kühlbox runterkühlen, Akku anstecken und Zeit mitmessen, wie lang der kleine Akku an der Kühlbox durchhält. Die Kühlbox hat gerade eben auf F1 umgeschaltet. Das heißt, so viel wie Akku leer, also Spannung zu niedrig. Wir haben jetzt noch eine Spannung von 9,6 Volt und die Kühlbox funktioniert jetzt nicht mehr. Zeitlich sind wir fast bei um drei. Ich habe gestern 15.30 Uhr die Kühlbox gestartet, also haben wir gut zwischen 23 und 24 Stunden mit einer Akkuladung geschafft. Das ist doch mal eine Ansage. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mit der Leistung des kleinen Akkus eigentlich recht zufrieden. Man muss natürlich wieder dazu sagen, das Ganze findet hier sozusagen unter Laborbedingungen statt. Wir haben hier nur 21, 22 Grad. Im Sommer sieht das Ganze natürlich anders aus, wenn es draußen 30, 40 Grad im Auto sind. Dann nimmt natürlich die Leistung auch entsprechend ab. Aber es ist vielleicht für euch mal ein schöner Richtwert, um ungefähr abschätzen zu können, wie lange man mit diesem kleinen Akku hinkommt. Eigentlich ist er ja auch nicht für den Dauerbetrieb gedacht, ist ja wirklich nur als Puffer gedacht, dass er wirklich zwischen Auto und Kühlbox läuft. Und dafür macht er auf jeden Fall seinen Job in meinen Augen. Ja, kommen wir zu meinem kleinen Fazit. Fangen wir mit den negativen Punkten an. Ich hätte mir zum Beispiel gewünscht, dass dieses Kabel hier abnehmbar ist. Irgendwie ist so erstens aus ästhetischen Gründen finde ich es besser. Und zweitens ist hier auch dann die Gefahr geringer, dass hier irgendwann mal ein Kabelbruch entsteht. Der zweite Punkt ist, dass ich die LEDs sehr dunkel finde. Es ist unter Sonnenlicht wirklich schwierig ablesbar. Da könnte man wirklich in der nächsten Generation die LEDs noch ein bisschen heller machen. Aber wenn der Akku an der Kühlbox dranhängt, kann man ja sowieso über Bluetooth nachschauen, wie viel Kapazität der Akku noch hat. Und damit ist das auch wieder hinfällig. Ist halt nur so ein kleines Gimmick, wenn der Akku rumliegt. Man will mal kurz gucken, wie viel ist eigentlich noch drin. Hält man kurz die Hand drüber und man weiß es. Reicht. Nächster Kritikpunkt. Die USB-Anschlüsse. Leider nur 1 Ampere. Das ist wirklich sehr, sehr wenig. Hier hätte man wirklich 2,4 Ampere mindestens machen können, dass man auch aktuelle Handys relativ fix aufladen kann, wenn doch mal der Bedarf besteht. Der letzte Kritikpunkt, den ich habe, ist die relativ langsame Ladezeit. Also wenn man den Akku jetzt zum Beispiel für den Strand nutzen möchte, weil man sagt, okay, ich möchte keine Powerstation mitschleppen, habe nur eine sogenannte akkubetriebene Kühlbox sozusagen, würde ich mir irgendwie wünschen, dass das Ding schneller zu laden geht. Die Ladezeit von 6, 7, 8 Stunden, so ganz genau weiß ich es jetzt nicht, ist meiner Meinung nach schon relativ lang. Da kann man, denke ich, noch das ein oder andere optimieren. Einen Nachteil gibt es noch, wenn man ihn abseits von der Plug-in Festivals Kühlbox betreiben möchte, ist halt der unstabilisierte 12-Volt-Ausgang. Hier wäre es halt echt cool, wenn man hier noch eine kleine Stabilisierung mit eingebaut hätte, aber dann wäre das Teil wahrscheinlich auch nochmal größer und schwerer geworden, deshalb hat man wahrscheinlich auch darauf verzichtet. In Kombination mit der Plug-in Festivals Kühlbox kein Thema. Sollte man eine andere anschließen wollen, eine Dometic Kühlbox oder irgendeine andere mit Batteriewächter, dann wird es halt hier kritisch, denn dann kann man nicht die ganze Kapazität des Akkus verwenden. Ansonsten meckern auf hohem Niveau, wenn ihr mich fragt. Ich finde es super cool, vor allem eben, weil man keine Powerstation mitschleppen muss. Man muss kein irgendein Gerät dazwischen stecken, muss sich keine teure Powerstation kaufen, mit Wechselrichter integrierten, allen möglichen anderen Spielereien, die man eigentlich gar nicht braucht, weil man eben wirklich nur die Kompressor-Kühlbox im Auto betreiben möchte, im Mikrocamper betreiben möchte, etc. Sie macht eine gute Leistung, 173 Wattstunden. Genau, das Design, gut, zeitlos, ist Geschmackssache, passt zur Plug-in Festivals Kühlbox, kann man nicht großartig meckern, finde ich jetzt auch nicht irgendwie schlimm. Also, ja, ist halt ein Akku, ne? Ist ein Akku, der an die Seite herangeschraubt wird und gut. Apropos ranschrauben, ich finde es auch toll, dass von Plug-in Festivals zum einen die Halterung mit dazu gegeben wird, dass man den Akku hier ranschrauben kann und zum anderen, dass außerdem noch ein weiterer Adapter dabei ist, um auch andere 12-Volt-Geräte anschließen zu können, weil der Vorteil an der ganzen Geschichte ist, ihr geht zum Beispiel an den Strand, wollt jetzt eine Kühlbox nicht unbedingt mitnehmen, habt aber eine große Luftmatratze, ein aufblasbares Einhorn oder was auch immer dabei und wollt mit einer Elektro-Luftpumpe einfach schnell eure Luftmatratze aufpusten, könnt ihr das Teil auch problemlos für verwenden, weil halt ein Adapter dabei ist. Ziemlich cool. So, wenn euch das Teil jetzt interessiert oder die Plug-in Festivals Kühlbox, dann schaut doch mal unten in der Videobeschreibung, dort habe ich euch beide Produkte verlinkt, außerdem gibt es noch einen Rabattcode von mir dazu, dass ihr noch ein kleines bisschen was dabei sparen könnt. Solltet ihr euch jetzt nochmal für ein ausführliches Review von der Plug-in Festivals Kühlbox interessieren, dann habe ich euch hier oben einmal das nächste Video verlinkt. Ich habe die Plug-in Festivals Kühlbox wirklich ausführlich getestet und das könnt ihr euch in Ruhe einmal anschauen. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Ansonsten bedanke ich mich wie immer recht herzlich fürs Zuschauen und bis zu meinem nächsten Video. Macht's gut, Leute!